Die ukrainische Stadt Enerhoda in der Nähe des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporizhia ist am Sonntagabend von mehreren Geschossen getroffen worden. Wie in den Tagen zuvor machten einander Russen und Ukrainer für den Artilleriebeschuss gegenseitig verantwortlich. Beide Seiten veröffentlichten Videos, die zeigten, dass in Wohnvierteln zahlreiche Autos brannten. Neun Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilt Wladimir Rogov, ein Mitglied der russischen Besatzungsverwaltung mit. Die Ukraine wolle mit solchen Schritten einen Besuch von Experten der internationalen Atomenergiebehörde in dem Kraftwerk verhindern. Die Angaben waren von unabhängiger Seite zunächst nicht zu prüfen. Der geflüchtete ukrainische Bürgermeister von Enerhoda, Tmitrov Orlov, sprach von einer Provokation. Russische Truppen hätten geschossen. Er warf Moskau nukleare Erpressung vor, weil sich russische Truppen in dem AKW verschanzen. Die internationale Gemeinschaft befürchtet einen möglichen nuklearen Unfall durch die Kämpfe im größten Kraftwerk Europas. Zuvor hatten russische Truppen von einem ukrainischen Angriff mit einer bewaffneten Drohne auf das besetzte Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine berichtet. Die Drohne sei abgeschossen worden und auf die Sicherheitshülle über einem Reaktor gefallen, meldet die Besatzungsverwaltung von Enerhoda am Sonntag nach Angaben russischer Agenturen. Die Sprengstoffladung sei detoniert, ohne Schaden anzurichten. Die Angaben waren nicht unabhängig zu überprüfen. Die russische Seite unterstellte, dass die Drohne eine Lage für abgebrannte Brennstäbe angreifen sollte. Das größte Atomkraftwerk Europas wurde schon kurz nach Beginn des Kriegs im März von russischen Truppen besetzt. Seit Wochen wird es immer wieder beschossen, wofür sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machen. Die internationale Atomenergiebehörde will ein Experten-Team in das AKW schicken, wartet aber noch immer auf die erforderlichen Sicherheitsgarantien. Dutzende Orte entlang der mehr als 2000 Kilometer langen Frontlinie seien am Sonntag auch von russischen Panzern, Rohr und Raketenartillerie beschossen worden, heißt es aus Kiew. An mehreren Stellen der Front verzeichnete der Generalstab Erkundungsflüge russischer Drohnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy beriet mit den Spitzen von Militär- und Sicherheitsapparat über die nächsten Schritte im Krieg gegen Russland. Das teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Zelenskyy ging auch in seiner abendlichen Videoansprache auf die Sitzung ein. Details nannte er nicht, kündigte jedoch an. Die Besatzer werden die Folgen spüren in den weiteren Aktionen unserer Verteidiger. Kein Angriff auf ukrainische Städte werde unbeantwortet bleiben. Die Besatzer werden die Folgen spüren in den letzten Jahren vertrenden.